willkommen zurück zu olymp und so mit dem hässlichen schwein das maul ist auch ein schwein so schwert 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 denn das kabel sondern es ist nicht von uns aber gut wir sind direkt am wollen wir noch xp haben oder wieder ich werde noch verbinden das sind dafür brauche ich glaube ich ein paar level noch also ich weiß nicht wie viele ich gehe mal dahinter ja dahinter ist gut ich gehe doch nicht dahinter hier hoch man nicht ich habe die koordinaten auf jeden fall vom das ist schön für dich die brauchst du auch die nicht ich habe orientierung sind weiß wo ich herkommen dann ist gut ich weiß aber ich habe der politik reden oder eher nicht nein irgendwas interessanter ist meine meine ja das ist super effektiv für ich ne echt das war es wert wieder mal spannung pur hier wir haben ja das ist spannung pur wir brauchen auch noch nicht wollen wir denn du wolltest nicht 30 30 level machen wir 33 raus dann immer zweimal entschalten ja mir ist das egal ich weiß ja nicht wir werden keine 15 bücher regale machen können dafür haben wir nicht genug bücher kann ich direkt sagen warte ich stell mal hast du aber wir können aber ja noch mal den häuser reinlaufen also ob wir keine bücher mehr finden würden also warte mal eben jetzt mache ich mal eben erstmal das und das zusammen auf schärfe drei das kostet natürlich neun ist ja klar und da kostet sieben ok so ich habe jetzt schärfe drei cool dann kannst du mir auch noch ein schärfe drei machen ja was jetzt erstmal ich mache erstmal bücherregale wie macht man die nummer und soll ich das wissen ich glaube so ne moment ich ja egal ich brauche holz man muss gerade leicht erschreckt irgendwie ist es gerade heller die wurden ich dachte mir so du bist du kommst du kommst du hast du noch holz an ich hab selber noch holz ok aber vielleicht auch nicht das holz was ich noch hab ich habe kein holz ja gut sagen wir haben doch einfach ein level entschalten kann man dann auch wieder in der overworld so sekt ja was ich mal so jetzt habe ich sechs jährige hier machen ich habe schon mal sechs bücherregale jetzt auf jeden fall verzauberungstisch hast du zwei anbosser kann das sein anzeigen ja muss aber nicht da kommst du wieder zum annehmen annehmen alles alles gut haben einfach noch nicht nur noch level formen sollst du auch ich habe gerade einen sehr schlechten ping haben wir schon 23 level also im kampf wäre diese folge nicht sogar schade habt gedacht das könnte nennen der festungs sein und dann war es nicht habe mich was du willst du nicht wissen was ich macht habe ich einmal den halben der darunter hauptsache du lebst das ist mir egal ja lieben ja aber jetzt wird mit orientierung irgendwann schwer ich kann ja die koordinaten nicht geben und hier haben ja dann muss ich koordinaten ausblenden ja wobei wir sind nicht mehr da muss ich nicht aber warum ist hier überall cobblestone wer baut dann überall die strennen dann nämlich fair brennst ich gehe mal an die sache war so ein bisschen feuer war hier er baut dann so total bescheuert über kappelsdorf hin das ist ja total der zombie pigmen schaut mich komisch an ja okay ich brauche gleich eisen von dir sonst kann ich mir keine spitz machen lange hält man nämlich nicht mehr ob das wird einfach eine folge wo wir eine viertelstunde lang nether quartz abfahren ja ich weiß nicht ob ich brauche ich glaube ich habe mich auf 30 level oder ich will eine schärfe schwert einfach ja ich brauche jetzt ich brauche jetzt eisen von dir sonst kann ich nichts mehr machen die ja und ich bin gerade am formen komm mal zum zu den dingen zum netaportal sobald ich mit farmen ja wie lange farmst du denn noch aber sich level 30 bin welches level bist du 27 ja okay das geht ja schnell ich habe drei macht halt 9,75 schaden das ist schon ganz geil weil ich übrigens gelesen habe anscheinend spawnen nachts keine monster ja deswegen keiner string hat das heißt es ist unheimlich schwer an den bogen dran zu kommen aber warum spawnen nachts keine monster da musst du noch mal gucken du hast den spring den du abgebaut hast ja ich habe fünf stück du könntest mir eigentlich mal ein boden verzaubert ich glaube wenn ich 30 level habe und wir genug bücher regale dann habe ich 30 level auf meinen boden hier kriegen genau 16 bücher regale aktuell weil ich noch ein paar bücher machen konnte wie viel braucht man für level 30 15 der läuft dann haben wir keine bücher mehr für protection aufwertung von der rüstung ich brauche noch auf helm wir können doch noch ein haus gehen also wir keine bücher mehr finden ja wir können auch noch einfach quads dings aber zuckerrohr abbauen das geht ja auch gut natürlich der schwere weg aber level 29 also eine level 30 verzauberung auf dem schwert kann halt entweder so band fünf rauskommen oder halt schärfe fünf oder feier oder irgendwie sowas das kann halt richtig gut sein muss es aber nicht ja aber wenn du ein level 30 verzauberung macht kostet sicher in drei level stimmt stimmt habe ich gleich habe ich gar nicht drüber nachgedacht ja okay dann also ist es ja vollkommen egal ob ja da habe ich gar nicht habe ich gleich darüber nachgedacht stimmt hast du lebe 30 jetzt ein ernst minecraft was ist denn ein kopf verarscht mich warum hast du ein timer dabei also bist rausgeflogen oder was nein ich will nicht drüber reden er sagt doch in level 30 gg dann kommt noch mal schön langsam zurück ja genau und dann kannst du mir endlich zeug geben oder auch nicht außerdem habe ich ja gesagt wir kommen langsam zurück noch quads hier unterwegs aber was bringt ihr mehr als 30 ok du kannst natürlich wenn du natürlich 33 level hast dann könntest du zweimal auf level 30 verzaubern ja eben das versuche ich ja eigentlich auch bereichen ja dann fahre ich einfach noch durch 33 bin fuck it aber farm macht ich währenddessen rückweg ich versuche aber da ich vor ende der folge wieder bei dir bin ja auf jeden fall wenn ihr schon ein ich würde ich würde gerne die level 30 verzauberung sind diese folge noch machen da schaffen wir nämlich locker welche die level 30 verzauberung wir brauchen nur holz abbauen gast und ich habe keine ich habe keinen boden er steht nicht vom portal damit er das nicht kaputt macht und haben wir ein ziemlich großes problem man kann die zurückschlagen oder die feuerbälle ja bin level 32 er ist tot brauchen wir eine gasträne oder sowas benutzt man für regenerations tränke glaube ich aber die dürfen wir nicht machen weil es nicht aus dungeons ist also von daher hat sich das sowieso erledigt weil ich bin gerade in lava gelaufen schlimm aber ich werde nicht daran sterben alles gut okay dann sollte man kurz durchsagen wenn ich weiß wo ich herkomme auch nur noch den netter kurz viel ist es nicht mehr noch ein viertel das level dann bin ich level 33 dann macht für mich für dich ein schwert und macht vielleicht noch irgendwie in einem buch level 33 ich komme zurück mach pass mal auf macht zwei schwerter level 30 einfach weil meine rüstung die ausgabe ich glaube ich schau erst lieber was ich auf dem bogen draufkriegen ja okay dann mach ein schwert level wenn das richtig guter wert dann werde ich das machen ja aber wenn das wenn du einen bogen machst und ein schwert machst dann gibt mir das schwert und dann kriegst du das schärfe 3 schwert wenn dein schwert besser ist damit das bessere schwert habe und dann den besseren bogen mal schauen wenn ich nicht bin wenn du nicht bist sagen was ich bin jetzt immer naja und hallo ich bin da er macht buch schnell drei minuten noch ja es ist ja ich in welcher ich habe jetzt ich habe nur 36 buch chefs das geht nicht ein bisschen raus wir haben kein hau geht mal er lasst zurück in die overworld kommen das schaffen wir noch ja okay wir können ja aber hauptsache wir sterben jetzt nicht beim untergehen ne also sie ja wasser unten kommt mir nach mir nach einfach geradeaus runter lol irgendjemand hat sich damit koppel hochbauen und ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich habe keine axt ist egal bau einfach aber aufbauen wir brauchen wir können das nur einmal benutzen das weißt du ja ja dann lass es nächste folge machen oder wir können das schon mal kraften warte werfen das holz zu werfen das holz zu hier 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 machen bogen machen wir bogen ja hatte oder wirft den spring dazu mir egal bau noch mehr holz ab das reicht noch nicht wir haben noch eine minute 40 11 bücher regale ich brauche mehr holz ich habe dir noch mal was hin geworfen mehr 13 bücher regale 14 bücher regale reicht immer noch nicht doch doch reicht 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 ja schon lassen nächste folge machen das geht dann geht mir geht mir noch reisen mal ein bisschen mehr holz ab dann haben wir nächste folge auch noch was wir brauchen ja auch noch allgemein ein bisschen mehr holz okay hier ist ein bogen warte komm mal her sieben sekunden ich habe 20 ja gut ein schaden machen wir dann nächste folge jo ich habe noch zehn sekunden ach komm ein holz geht noch ein holz geht noch ein holz geht noch na gut war es auf jeden fall mit der fünften folge wenn es euch gefallen hat lasst doch mal ein like und abo da und so weiter und so fort wisst ihr und dann sehen wir uns wie immer morgen in der nächsten folge bis dahin tschüss so das ist Untertitelung des ZDF, 2020